ja hallo jetzt geht es fett weiter die super gato trueno 2g nemm mega fette teile in f3 zugelassen die ziehen wir uns jetzt rein fünf stück volle granate ab geht's bis gleich ich wollte das noch mal zeigen guckt euch mal diese monströse lunte an kriegst du die einigermaßen fokussiert gut alles klar das ist echt mordsteil bei der lunte kannst du fast noch einen kaffee kochen gehen fast 10 cm wie lang ist die wenn ich so lange so ein durchschnittlicher schniedel kleiner scherz gut machen wir weiter ich ahne nichts bild ich ahne was ich du also lieber nassen fuß als fuß ab ich habe mich voll nass gemacht hier guck siehst du das ganze schuh ist nass hast du pause gemacht ach du filmst noch die hände ja freunde ich habe mich gerade wie einen vollpfosten rückwärts ja aber lieber so als fuß ab die schuh kann man gucken ja 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 der michael okay diesmal diesmal pass auf aussicht wasser Krass, der geht so richtig in den Bau, ne? Ja, das können aber die Schuhe ab, oder? Die Lunge ist echt lang, oder? Da kannst du wirklich weit genug weglaufen. Was war denn das? Keine Ahnung. Extraeinlage? Scheint so. Mit den letzten Beinen auch noch. Mit den letzten Beinen mache ich auch Schlag. Ja, kommt gleich. Hat geklappt. Ich erschreck mich jedes Mal. Hast du zwei? Ja, hat er nicht gezündet? Die sind aber beide angewiesen. Egal, vielen Dank fürs Zugucken. Ich trockne erstmal meinen Schuh. Bis dann. Ja, vielen Dank. 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 Ja, vielen Dank.